Wir sind falsch. Fuck! Ja, wir werden drauf gehen. Ich hätte gerne das zum Heilen, was du dort hast. Scheiße. Ah, wir müssen jetzt drauf gehen. Und ich weiß nicht, wo wir gespeichert haben. Ich habe keinen Schimmer, wo wir gespeichert haben. Das heißt, wir werden jetzt drauf gehen. Und müssen wahrscheinlich alles nochmal machen. Ja. Das war's jetzt gleich mit uns. Das war's. I'm sorry. Ja, sterbt ein bisschen schneller. Oh, Eie. Jetzt sind ja... Ja, komm, tötet mich. Tötet mich. Kommt. Kommt. Tut euch keinen Zwanger. Ich war eigentlich an dir vorbei. Bye. Okay. Okay. Hi. Mir geht es gut. Mhm. Jetzt müssen wir rausfinden, wie wir runterkommen. Gemeinsam. Habe ich nämlich keine Ahnung. Ja. 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 Ich komme erst mal mit. So, Cynthia lässt uns jetzt ein Rohr, bitte. Wir gehen mal hier durch. Mal gucken, was passiert. Da nicht. Ja, aber. Was ist das? Oh, guck mal. Noch eine Medaillierung. Sehr schön. Hier sind wir falsch. Hier auch. Gut. Rückwärtsgang erledigen. Oh, ich kotze im Strahl. Komm schon. Komm, wo war die andere Tür? Hier. Eileen, wo bist du? Komm. Kommst du gefälligst mit, Mädel? Das haben wir schon geöffnet. Yes. Wäre da mal ein bisschen was zum Heilen drin oder so? Wäre das ganz freundlich? Ist aber eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Ich lerne das irgendwann. So viel zu. Ich konnte den Weg auswendig. Wir haben ja jetzt hier Ruhe. Die Geister sind unten. Waren unten. Lass uns einfach in Ruhe. Menschenskinder. Wenigstens für einen Augenblick. Eileen, wo bist du? Kommst du bitte mit? Danke. So. Komm, Eileen. Eileen, es reicht jetzt. Jo, wir sind draußen. Könnt ihr, ob das richtig ist, was wir jetzt machen? Es hieß ja Lynch... Lynchline, Kingline. Deswegen... Überlege ich nämlich gerade... Falsche Richtung. Können wir mit dem Zug nix machen? Können wir nicht auf den Gleisen rumlaufen einfach? Wäre doch so viel einfacher. Ach, Mensch. Hier ist nur die blöde Leiter. Ach, Mann. Wie kommen wir mit Eileen runter? Schön für dich. Ich denke, wir müssen noch mal drauf gehen. Ja, noch mal sterben. Weil wir müssen die... Dings benutzen. Tatsächlich nur welche das ist. Die Rolltreppe mit den... Aber ich weiß nicht, wie wir dorthin kommen. Das ist das große Problem. Ich weiß nicht, wie wir dorthin kommen. Ich bin gerade so angeätzt. Und dann... Ich bin gerade so angeätzt. Gib einfach Ruhe, du blöde Kuh. Wir sind gleich sowieso platt. Ja, und Tschüss. Nein, doch noch Glück? Oh, ein Glück aber auch. Ich mag diese Stelle nicht. Eileen, komm. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das wird nix mehr. Ich hab irgendwo einen Denkfehler. Schon wieder. Und ich weiß nicht, wo. Eileen, du bist so eine blöde Kuh. Das ist South Ashfield. Oh, wow. Oh, wir können eine Gerte aufheben für Eileen. Ja, und Tschüss. Ja, nochmal. Komm schon. Das ist echt zum Mäuse melken, wenn man nicht weiß, wo man hin soll. So, Eileen, zeig mal, wie du damit umgehen kannst. Leck mich am Arsch. Wo im Karton. So, das haben wir. Wie kämen wir jetzt theoretisch darüber. Das ist jetzt die große Frage. Wie? So, das ist jetzt die Frage. Meine Überlegung ist... Falsche Taste. Falsche Taste! Meine Überlegung ist nämlich, dass wir einfach hier durch können. Nein. Ach, sag jetzt nicht. Doch. Warum können wir das nicht benutzen? Weil es Exit ist. Ja! Es geht! Yes! Ja! Meine Vermutung stimmte! Okay. Jetzt müssen wir uns noch mit den Haudegen auseinandersetzen. Aber wir haben ja genug Leben jetzt endlich wieder. Und Eileen im Schlepptauch. Mir tun die Füße... äh, Zehen weh, weil ich sie mir ständig die ganze Zeit umbiege. Und dann sind wir raus aus dieser Welt hier. Das haben wir hier schon eingesammelt? Ja, haben wir. Der Hund ist tot. Der Hund ist tot. Der Hund ist tot. Und wie lange haben wir jetzt hier dran gesessen? Viel zu lange. Eileen, komm bitte. Geh du mal vor gleich, bitte. Ja? Ja? Okay, das ging schon mal gut. Jetzt fehlen nur noch ungefähr drei oder vier. Ist doch überhaupt irgendjemand mit im Stream dabei? So, komm, Eileen. Ach, scheiß, die Wanderung. Was mach' ich eigentlich? Ja, so wie, ähm, sie die Tasche benutzen würde. Wahrscheinlich. So, war's das? Wie es sich anhört? Nein. Na, wer macht das noch immer auf, ähm... Er ist denn das deutsche Wort Escalator? Heißt das auf Englisch? Fahrstühle. Nein, nicht Fahrstühle, sondern... Rolltreppen. Mach's dir aber sehr selten. Na, hier macht sie es jetzt gerade nicht. Wäää, das war knapp. Entschuldigung, Eileen. So, war's das jetzt? Wie es sich anhört, nein. Na, komm. Wir wollen nach Hause. Dankeschön, das war's doch. So. Folgt mir unauffällig. Na, komm. Wir sind endlich durch. Wir haben den Weg gefunden. Diesen Scheißweg. Gott im Himmel. Jetzt müssen wir uns vor Waternacht nehmen. Na ja, aber schlägst du auch einfach drauf los, wenn der vor dir... Vor dir jetzt gerade jemand steht? Eileen, komm. So, jetzt würde ich gerne speichern einmal. Scheiß drauf, ob es meiner Gesundheit wieder schadet oder nicht. Aber ich würde jetzt gerne einmal speichern. Dann ist die Frage, sollen wir weitermachen? Jetzt käme das Wish House. Wo wir uns die Gräber angucken dürfen. Irgendwas mussten wir an den Gräbern machen. Ich weiß nur nicht mehr, was es war. Oder beenden wir für heute. Wo wir nichts geschafft haben. Wir haben die Krankenhauswelt und das hier geschafft. Mehr nicht. Weil ich zu doof bin. Und gegessen haben wir. Wow. Jetzt können wir die ganzen Sachen auch ablegen, die wir nicht brauchen. Müssen wir mich geht, Zweckserstimmung. Ich könnte heulen, weil ich wütend bin. Aber sonst? Liegt da wieder was? Nein. So. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Wenn Eileen die Gerte behält, brauchen wir das auch nicht mehr. Das müssen wir auf jeden Fall vor, äh, Water abhauen. Wenn wir doch weiterspielen sollten. Wir müssen nämlich, ich weiß nicht mehr wohin. Wir mussten zu den Gräbern. Wir mussten zum See, meine ich. Weil es vorhin da in dem Dokument stand. Mehr fällt mir nicht ein. Das war wir nicht mehr. Vielen Dank.